Schlaganfall, Apoplexie, Hirnschlag, Gehirnschlag, Cerebrale Insult, Apoplektische Insult, Apoplexia Cerebri, Ictus Apoplecticus. Ein Schlaganfall ist die Folge einer plötzlichen Durchblutungsstörung oder Blutung im Gehirn. Durch diese Vorgänge erhalten Nervenzellen im Gehirn zu wenig Sauerstoff und Nährstoffe und gehen zugrunde. Dies kann zu einem anhaltenden Ausfall von Funktionen des zentralen Nervensystems und zu Symptomen wie Sprachstörungen und Lähmungen führen. Jährlich erleiden in Österreich etwa 20.000 Menschen einen Schlaganfall, das bedeutet, dass es im Durchschnitt alle sechs Minuten zu einem Schlaganfall kommt. Die Schlaganfallsterblichkeit ist in den vergangenen Jahren zwar drastisch gesunken, Schlaganfälle stehen in der Todesursachenstatistik weltweit trotzdem an zweiter Stelle und gehören in den Industrienationen zu den häufigsten Ursachen für Invalidität im höheren Lebensalter. Das Risiko für einen Schlaganfall steigt mit zunehmendem Lebensalter deutlich an, etwa 50% aller Schlaganfälle ereignen sich in der Altersgruppe der über 75-Jährigen. Aber auch junge Menschen können einen Schlaganfall erleiden. Schätzungen zufolge sind etwa 5% aller Betroffenen unter 40 Jahre alt. Plus plus mehr zum Thema, Ursachen und Symptome eines Schlaganfalls plus plus. Aus welche Symptomatik definiert einen Schlaganfall? Laut Definition der Weltgesundheitsorganisation, WHO, handelt es sich erst dann um einen Schlaganfall, wenn die Symptome mindestens 24 Stunden anhalten. Bilden sich die neurologischen Ausfallserscheinungen innerhalb dieser Zeit wieder vollständig zurück, spricht man von einer transitorischen, also vorübergehenden, chemischen Attacke-Tier. Nach neuesten Erkenntnissen kann aber auch eine Tier zu einer nachweisbaren Schädigung von Hirngewebe führen. Daher wird dieser Begriff von einigen Fachgesellschaften nicht mehr verwendet. Sie bezeichnen auch die vorübergehende Sauerstoffmangelversorgung des Hirngewebes als chemischen Schlaganfall. In 40% der Fälle gehen dem eigentlichen Schlaganfall diese kürzeren Episoden mit ähnlicher Symptomatik voraus. So kann es zu kurzzeitigen Sprachstörungen, Gedächtnisverlusten und Missempfindungen bis hin zu kurzen Lähmungserscheinungen kommen. Die typische Tier dauert auch nur 5 bis 10 Minuten. Eine transitorische chemische Attacke ist oft Zeichen eines in nächster Zeit drohenden vollständigen chemischen Schlaganfalls und muss daher wie der Insult immer als medizinischer Notfall betrachtet werden, auch wenn die Symptome bereits nach wenigen Minuten wieder verschwinden. Das heißt, die Betroffenen sollten so schnell wie möglich in ein Spital gebracht werden, am besten mit dem Notarzt. Wie stellt der Arzt die Diagnose? Bei Verdacht auf einen Schlaganfall sollte man schnellstmöglich in ein Krankenhaus. Dort erkundigt sich der Arzt nach den Symptomen, Vorerkrankungen und Risikofaktoren. Weitere Untersuchungen wie Duplex-Synographie, Computed-Omographie oder Magnet-Resonanz-Tomographie werden umgehend durchgeführt. Plusplus mehr zum Thema Diagnose Schlaganfall Plusplus Wie kann man einem Schlaganfall vorbeugen? Die beste Schlaganfall-Vorsorge besteht darin, vermeidbare Risikofaktoren zu minimieren oder ganz zu vermeiden. Durch eine gesunde Lebensweise lässt sich dabei schon viel erreichen. Dazu gehören etwa, regelmäßige Bewegung und Sport, eine ausgewogene, gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse sowie einem eher geringen Anteil an tierischen Fettenverzicht aufs Rauchen Normalisierung des Körpergewichts Alkohol reduzieren, vermeiden von übermäßigem Stress hoher Blutdruck. Bestimmte Fettstoffwechselstörungen und Diabetes mellitus sind Erkrankungen, die eine Arteriosklerose und damit einen ischämischen Schlaganfall begünstigen, und sollten daher unbedingt ärztlich behandelt werden. Dasselbe gilt für das relativ häufige Vorhofflimmern, das über eine Embolie einen Schlaganfall auslösen kann. Beim Vorhofflimmern ist eine sogenannte komplette Blutverdünnung notwendig, das Schlaganfall-Rezidivrisiko, also das Risiko, dass ein erneuter Schlaganfall auftritt minus kann damit um bis zu 70% gesenkt werden. Dabei kommen Vitamin-K-Antagonisten und seit kurzem auch die neuen oralen Antikagulantien wie Dabigatran oder Rivaruxaban zum Einsatz. Studien zufolge kann eine Operation, die Verengungen an der Halsschlagader beseitigt, Karotisch-Strom und Arteriektomie, das Risiko schwerer Schlaganfälle bei bestimmten Patientengruppen reduzieren, wenn sie innerhalb von zwei Wochen nach einer Tier erfolgt. Da Menschen nach einem ischämischen Schlaganfall ein erhöhtes Risiko für einen erneuten Schlaganfall aufweisen, werden sie in der Regel mit blutverdünnenden Medikamenten behandelt, um einem weiteren Schlaganfall vorzubeugen. Mit sogenannten Blutplättchenhämmern kann das Risiko um 30-40% gesenkt werden.